Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest sichern der Spasidium, das ist eine Drop Quest in den Zangarmarschen in diesem Gebiet von diesen Mobs sichern der Wiese. Rechts unten im Bild seht ihr zu jeder Zeit an welcher Position ich bin bzw. an welchen Koordinaten. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.0.5, also Anfang Shadowlands. Das Ganze sollte aber auch in BC Classic funktionieren. Jetzt muss man natürlich ein bisschen Glück haben, dass dieses Quest-Item droppt. Normalerweise droppt dieses Quest-Item während die Quest Jobas Verwicht macht oder auf der Suche nach Speer Joba kann dieses Quest-Item droppen. Da ist man nämlich in diesem Gebiet unterwegs und da tötet man automatisch diese Mobs mit. Aber da ich das Video machen wollte, habe ich die Quest abgebrochen, Quest-Item weggeworfen und jetzt versuche ich mein Glück, dass dieses Quest-Item droppt während ich aufzeichne. Ich mag es euch ja beweisen. Zoom-Flot brauche ich nicht, was ist da? Da ist noch einer. Sollte nicht allzu lange dauern. Normal 4-5 Mobs, dann dürfte es droppen. Schauen wir mal. Ich glaube, das war jetzt gerade der vierte, jetzt müsste der fünfte kommen. Uh, da sind zwei Mobs. Und da ist gleich noch einer. Sehr gut, sehr gut. Ich habe es übrigens auch geschafft, die Kanalmitgliedschaft zu aktivieren. Wieso, warum, weshalb? Einfach draufklicken, gibt ein Infovideo. Und ihr habt es gesehen, sicher das Basidium ist gedroppt. Quest ist automatisch angenommen. Und nun muss man das Ganze nur noch abgeben. Natürlich zeige ich euch auch, wo man dieses Quest-Item abgibt, bzw. diese Quest. Achja, falls euch die Kanalmitgliedschaft nicht interessiert, einfach ignorieren. Zwingt euch keiner zu irgendwas. Okay, hier gibt es, hier gibt es, genau, hier gibt es anscheinend keinen Hinterreingang. Also muss ich einmal drum herumlaufen. So. Und da sieht man auch schon den Abgabe-NPC. Quest ist abzugeben bei Reavich in den Sangamarschen, an dieser Position. Hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, dürft ihr gerne auch mir helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Außerdem findet ihr in der Videobeschreibung einen Link zu meinem Twitch-Kanal. Vielleicht sehen wir uns da mal live. Heizocke. Ende.